Netzpalaver just for fun Ein Mediziner, ein Ingenieur und ein Berater diskutieren darüber, welcher ihrer Berufe der Älteste ist. Also in der Bibel steht, Gott schuf Eva aus einer Rippe von Adam. Das ist eindeutig ein chirurgischer Eingriff, also ist die Medizin die älteste Disziplin, sagt der Arzt. Naja, im Buch Genesis steht eindeutig geschrieben, dass Gott zuvor aus dem Chaos den Himmel und die Erde schuf. Das ist der Anbeginn der Welt und als solches ein sehr bemerkenswerte, ja spektakuläre Ingenieursleistung. Daher, lieber Herr Doktor, liegen Sie falsch. Mein Beruf ist der Älteste, betont der Ingenieur. Volle Eifer erhebt nun der Berater das Wort, und wer, meint ihr wohl, hat das Chaos geschaffen?